Hallo und herzlich willkommen zur allerersten gemeinsamen Ausgabe, nämlich wir möchten Sie, wir möchten euch einladen zu den allerersten Move and Do It Tagen und das wird die allererste Viererei. Wer macht das gemeinsam? Auf der einen Seite meine Person Thomas Stratner und natürlich auch der Mr. Move It. Richtig. Move and Do It, Thomas Stratner und Mr. Move It. Ja genau. Und damit die Leute wissen, was wird der Inhalt sein, was wird dein Thema sein an diesen vier Tagen? Ja, mein Thema ist eigentlich das, was ich lebe und das Thema ist immer um Lebensphilosophie. Ja, so das heißt, es ist unendlich breit und es wird sich auch entwickeln, je nachdem, welche Teilnehmer dort kommen. Und es geht um die Motivation Challenge Philosophie, die fünf Fitness Elemente und ein Werkzeug dafür, wie man mit diesen, mit dieser Fitness Elemente arbeitet. Und es klingt kompliziert, es ist eigentlich einfach, weil ich genau das lebe, was ich predige. Genau, ja. Und was machst du, Mr. Do It? Ja, bei mir geht es auch um das Gleiche. Das heißt, die Leute sollen bei mir einen Werkzeugkasten mitbekommen. Auf der einen Seite geht es um das Do It Change Modell, dann um Kommunikation, dann natürlich, du bist ja heute hier bei mir im Filmstudio. Das heißt, wie kann man mit der Technik in der heutigen Zeit umgehen? Und was sehr wichtig ist auch, wie funktioniert Kommunikation in der heutigen Zeit mit den neuen Medien über Skype oder wie auch immer, ja? Ja, ja. Und ich muss auch sagen, von dir habe ich gesehen und habe ich erlebt, dass man kommt schnell ins Tun. Ja, man kommt schnell ins Tun, man hat Videos ziemlich schnell, man hat Aufnahmen wie jetzt, was wir jetzt machen. Genau, genau. Und das zu einem ganz, ganz günstigen Preis. Ja. Und ich freue mich schon irrsinnig auf diese erste Seminarreihe mit dir gemeinsam. Und es wird nicht die erste bleiben, da wird es auch mehrere dann geben. Und was ist jetzt die Investition? Wichtig ist einmal, alle zwei Wochen findet diese vierere Reihe statt. Richtig. Wann das Ganze ist, sieht man jetzt da unten eingeplandet im Video drinnen, wann dieser erste Termin ist. Wie gesagt, alle zwei Wochen und die Konditionen auch wieder unten zum Finden. Richtig. Und diese vierere Reihe ist eigentlich also eine Promotion für die richtige Arbeit, die wir dann mit den Menschen entweder gemeinsam, Mr. Do It, Thomas Stradner und Mr. Move It oder alleine oder getrennt. Ja, wir haben so viele Möglichkeiten und das ist so irgendwie eine special Evening, um einfach kennenzulernen, was wir anzubieten haben. Genau. Und aber gleichzeitig, dass die Leute was mitnehmen können. Das Wichtigste überhaupt, genau. Richtig. In dem Sinne freuen wir uns schon dann, wenn ihr dabei seid, wenn sie sich anmelden und wir sehen uns dann beim allerersten Vierertag. Und ich sage, just do it.